Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute die brandneue FIFA World Class 2024 Sticker Kollektion von Panini anschauen wollen. Und das tun wir mit einem intensiven Blick in das Album und anschließend öffnen wir dann auch noch 5 Stickertüten mit den neuen Stickern. Erhältlich ist das Ganze seit Freitag, dem 23. Februar, überall dort, wo es Sticker und Trading Cards gibt, also auch am Zeitschriftenkiosk, wenn die Sticker und Cards standardmäßig im Angebot haben. Kurz, die wichtigsten Facts zu dieser Kollektion, insgesamt 384 Sticker können gesammelt werden. Das Album mit 52 Seiten gibt es zum Preis von 3,50 Euro und jede Stickertüte mit 5 Stickern ist für einen Euro erhältlich. Was wir uns jetzt anschauen, ist die deutsche bzw. internationale Version. In Spanien und Portugal wird wohl eine auf den iberischen Raum angepasste Version erscheinen, die dann zusätzlich auch noch Spieler des portugiesischen Teams enthält, die in unserer Version, die wir uns jetzt anschauen, nicht enthalten sind. Um welche Teams es hauptsächlich in dieser Kollektion geht, sieht man unten auch schon ganz gut auf dem Album-Cover. Nämlich um die acht Teams, die bisher den Weltmeister-Titler ringen konnten. Brasilien, Deutschland, Italien, Argentinien, Frankreich, Uruguay, England und Spanien. Ihr seht, das Ganze kommt in sehr knalligen Farben daher, mit einem leuchtenden Neon-Orange als Hauptfarbe dieser Kollektion, von der wir auch schon zahlreiche Stars auf dem Cover sehen. Und fehlen darf natürlich nicht einer der größten Fußballer aller Zeiten, der sich dann im vorletzten Jahr auch noch seinen Weltmeister-Traum erfüllen konnte, Lionel Messi. Da ist aber genug vorneweg, jetzt wollen wir uns natürlich auch mal ein bisschen intensiver das Album anschauen, blättern mal in das Ganze rein und sehen, auch auf der ersten Doppelseite setzt sich das mit diesen knalligen Neon-Farben fort. Das Album übrigens in der gleichen Größe wie die FIFA 365 Alben, habt ihr vielleicht schon so ein bisschen erahnt, da ich es ja gerade so in den Bildausschnitt reinbekomme. Grobes Thema dieser Kollektion ist das 120-jährige Jubiläum der FIFA und das 50-jährige Jubiläum des aktuellen Weltmeister-Pokals. Und daher werden wir in diesem Album natürlich nicht nur die aktuellen Teams, sondern auch einiges aus der bisherigen FIFA-Weltmeisterschaftsgeschichte finden. Ihr seht schon hier auf der linken Seite, im Inhaltsverzeichnis geht es um die Historie der Weltmeisterschaftspokale. Dann haben wir hier die angesprochene Mannschaften, die in der Vergangenheit den Pokal schon gewinnen konnten. Dann gibt es einen Abschnitt zu den Gründern der FIFA. Ein paar Legenden sind auch dabei und mit den Rising Stars, die Spiele, die bei den kommenden Turnieren vielleicht groß rauskommen werden. Und zum Abschluss gibt es ja noch einen Hinweis auf die kommende Weltmeisterschaft. Hier haben wir schon einen ersten Blick auf die Sticker mit Wappen, Spielername, Geburtsdatum, Position auf dem Spielfeld und der Landesflagge im Hintergrund. Und hier auf der rechten Seite sehen wir dann auch schon zwei Sticker in echt, wenn das links für nur ein Druck ist, mit Carlos Augusto von Brasilien und Joaquin Picares von Uruguay. So, dann geht es weiter mit der Einstiegsseite, Celebrating the FIFA Legacy. Hier wird sicherlich unter anderem das FIFA-Logo seinen Platz finden. Dann blättern wir mal um und sehen die Historie des Jules Rimet Cup, des ersten Weltmeisterpokals, der bis 1970 im Einsatz war. Und dann, nachdem Brasilien das Turnier dreimal gewinnen konnte, in deren Besitz überging. Hier also dann eine schöne Übersicht über die bisherigen Turniere und die Weltmeister. Ein kleines Detail haben wir noch hier am unteren Rand, alle offiziellen Poster der Weltmeisterschaften. Die konnte man ja auch mal im Rahmen vergangener FIFA 365-Kollektion sammeln. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Und dann geht es weiter mit dem aktuellen Weltmeisterpokal, der wie gesagt in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Erstmals bei der WM 1974 in Deutschland im Einsatz. Und hier dann alle Turniere aus dem Jahr 1974 bis zum kürzlich vergangenen aus dem Jahr 2022 in Katar. Dann geht es weiter mit den Logos der acht Teams, die bisher den Weltmeisterpokal gewinnen konnten. Dazu gibt es dann auch ein paar Statistiken. Ihr seht die Summe, wie oft das jeweilige Land den Titel gewinnen konnte, wie oft man dabei war. Und dann auch noch die Aufteilung zwischen dem alten Jules Rimet Cup und dem neuen FIFA World Cup Pokal. Dazu die Info, wer die meisten Länderspiele für das jeweilige Land bei den Weltmeisterschaften hat. Und ebenfalls auf die Weltmeisterschaften bezogen, wer dort der Topscorer ist. Dann schauen wir mal weiter und wir kommen zu dem Bereich mit den Teams. Beginnend mit dem Rekordweltmeister aus Brasilien. Das ist ja auch die Reihenfolge in diesem Album. Die Teams sortiert nach der Anzahl an Weltmeistertiteln. Und das sind jeweils die aktuellen Kader mit insgesamt 20 Spielern, die Panini dafür das jeweilige Land ausgewählt hat. Und dann gibt es noch eine zweite Doppelseite mit besonderen Stickern zu jedem Team. Captain Sticker, Top Keeper, Supersonic, Gold Machine, Showtime Sticker, Rock'n'Roll Sticker und ein Synergy Build, das sich dann aus zwei Stickern zusammensetzt. Hier im unteren Bereich der Seite haben wir dann noch das aktuelle Line-Up mit etwas kleineren Formstickern. So, dann blättern wir mal weiter durch. Nach Brasilien kommt das deutsche Team, ebenfalls mit 20 Spielern vertreten. Ihr sucht euch eure Favoriten da raus. Und auch hier die entsprechenden Spezialsticker auf der zweiten Doppelseite. Und ich hoffe mal, dass wir das deutsche Team bei der kommenden Europameisterschaft öfter so jubeln sehen, wie sie das hier in der Bildmitte tun. Da muss aber sicherlich noch einiges passieren. Aktuell sind einige Mannschaften da sicherlich ein ganzes Stückchen weiter. Dann kommt das Team aus Italien, die sich ja auch als amtierender Europameister auf den letzten Drücker für das Turnier im kommenden Sommer qualifizieren konnten. Und dann blättern wir einfach mal ein bisschen weiter durch, denn der Aufbau der Seite ist natürlich jetzt immer gleich. Da haben wir das Team aus Argentinien mit Lionel Messi. Danach kommen die Franzosen. Antoine Griezmann ist da in dem Fall derjenige, den Panini hier so ein bisschen als Symbolfigur für das Team ausgewählt hat. Dann sind wir in der Mitte des Albums angekommen mit ein bisschen Werbung für das FIFA-Museum in Zürich und für den offiziellen FIFA-Store. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil des französischen Teams. Dann kommt der damals allererste Weltmeister Uruguay. Dann haben wir das Team aus England mit Harry Kane. Und zum Abschluss dann noch die hauptsächlich in der jüngeren Vergangenheit erfolgreichen Spanier. Dann ein Überblick über die sieben Gründungsmitglieder der FIFA. Belgien, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Spanien, Schweden und die Schweiz. Ganz interessant, hier im Text ist es beschrieben, Deutschland war damals nicht dabei, nachdem es deren Repräsentant nicht rechtzeitig nach Paris geschafft hat. Und da hat man dann ein Telegramm geschickt und ist somit kurze Zeit später beigetreten. Und das nächste Team danach war dann England, die ebenfalls nicht persönlich bei der Gründungsveranstaltung anwesend waren. Aber dann kurze Zeit später dazu kamen. Aber das ja ohnehin Teams, die im vorderen Bereich des Albums schon vorgestellt wurden. Hier dann jeweils nochmal ein Sticker und eine kleine Statistik. Zu den Teams von Belgien, Dänemark, Frankreich hatten wir natürlich auch schon im vorderen Teil. Genauso wie Spanien, aber die Niederlande, Schweden und die Schweiz kamen bisher ja noch nicht im Album vor. Dann gibt es einen Überblick über den heutigen Stand der FIFA mit insgesamt 211 Nationen, die dazugehören. Und hier auf der Karte sieht man ganz schön, wie sich das aufteilt. Das Ganze hier unten auch nochmal visualisiert mit den ganzen Länderflaggen der jeweiligen Mitgliedsländer. Allerdings kein Sticker für diese Doppelseite vorgesehen. Die kommen dann wieder auf der nächsten Doppelseite und das ein besonders schöner und interessanter Bereich. Mit den größten Legenden der bisherigen Weltmeisterschaftsturniere. Insgesamt 17 Sticker, auf die sich sicherlich viele Sammler schon freuen. Genau das Gegenteil sind die jungen Nachwuchsstars, also die, die vielleicht beim kommenden Weltmeisterschaftsturnier im Jahr 2026 dann groß rauskommen. Von Panini hier als Rising Stars betitelt, insgesamt 14 Stück sind für dieses Album vorgesehen. Und zum Abschluss haben wir dann noch das Werbeplakat für das kommende Turnier im Jahr 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Ihr seht es auch, drei Länder, 16 Städte und 48 Teams. Also das sind ja die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Dürfte dann sicherlich auch für Panini eine Herausforderung werden, ein Album mit 48 Teams zu bauen. Da können wir also schon mal auf übernächstes Jahr gespannt sein. So, dann werfen wir nochmal einen Blick auf vier weitere Sticker. Robin Ghostons aus dem deutschen Team, James Madison für England, Ousmane Dembélé für Frankreich und Alexis McAllister für das argentinische Team, die diesen in jedem Album enthaltenen Bogen mit sechs Stickern kompletieren. Dann der Hinweis auf den Nachbestell-Service über die Panini-Webseite. Und dann sind wir mit dem Album auch am Ende, das auf der Rückseite auch nochmal in diesem knalligen Neon-Orange leuchtet. Und ihr habt da auch nochmal den Preis mit 3,50 Euro. Seid ihr in dem Fall mit dabei. Aber grundsätzlich lohnt sich da auch der Blick auf die Panini-Webseite, denn dort finden sich eigentlich immer Bundles aus Album- und Stickerboxen, mit denen sich dann immer ein paar Euro sparen lassen, sodass man das Album in dem Fall dann fast immer umsonst dazu bekommt. So, das ist also das Album. Jetzt wollen wir natürlich nochmal einen Blick auf unsere Sticker werfen, in diesen goldenen Stickertüten. So sehen sie von der Rückseite aus, wie man es für Deutschland kennt, mit zwei Barcodes. Einmal der internationale und dann der für den deutschen Pressehandel. Das ist auch immer ein gutes Erkennungsmerkmal, dass es die Sticker am Kiosk gibt. Und dann schauen wir mal rein, was uns da erwartet. Und los geht's direkt mit einem Rock'n'Roll-Sticker vom deutschen Team. Und wir sehen Kai Havertz. Der hat noch keinen Spezialeffekt, sondern ist nur ziemlich bunt im Hintergrund. Dann haben wir Ederson für das Team aus Brasilien. Auf diesem edlen, schwarzen Sticker gefallen mir eigentlich richtig gut. Auch mit dieser Form und der Linderflagge im Hintergrund. Dann haben wir das Logo der Kollektion in strahlendem Gold Panini World Class 2024. Und das ist wahrscheinlich sogar einer der allerersten Sticker, die Nummer 1. Dann haben wir Alejandro Baldé aus dem Team der Spanier. Und als letztes Päckchen Nahuel Molina für das Team der Argentinier. Wir schnappen uns direkt Päckchen Nummer 2. Und finden Aaron Ramsdale für das Team aus England. Dann müssen wir mal umdrehen und haben Alessandro Buongiorno aus dem italienischen Team. Wir bleiben in Italien mit Giro Immobile. Alvaro Morata für die Spanier. Und zum Abschluss Rodrigo Bentancur für das Team aus Uruguay. Nächstes Päckchen. Und da haben wir unseren ersten Form-Sticker. Also einen der Line-Up-Sticker mit Serge Gnabry für das deutsche Team. Wir können es hoffentlich sehen, wenn der Sticker so ein bisschen reflektiert, wie diese Form hier drin entsprechend ausgestanzt ist. Direkt noch einer hinterher mit Gabriel Martinelli aus dem Team der Brasilianer. Dann haben wir Francesco Arcelbi für Italien. Carlos Augusto für Brasilien. Und einen richtig schön leuchtenden Spezial-Sticker mit dem Wappen des englischen Verbandes. Auch die richtig schicke worden, wie ich finde. Mit dem Silber im Hintergrund und den eingearbeiteten Panini-Logos. Die dann zusätzlich noch mit so einem leichten Holo-Effekt versehen sind. Unser nächstes Stickertütchen beginnt wieder mit einem Form-Sticker. Und der kommt von Manuel Ugata aus dem Team der Uruguay. Dann haben wir einen Spezial-Sticker, der mit so einem leichten metallischen Silber-Effekt versehen ist. Und das ist einer der Rising Stars mit Alejandro Garnaccio aus dem Team der Argentinier. Auch das ist ein richtig tolles Sticker geworden. Dann haben wir Lionel Messi im Päckchen für das Team aus Argentinien. Das Wappen der Franzosen. Jude Bellingham. Na, das nenne ich mal ein Päckchen. Lionel Messi, Jude Bellingham und Alejandro Garnaccio in einem Päckchen. Also das Päckchen hat er in dem Fall spielertechnisch mal richtig abgeliefert. So, mal schauen, was unser letztes noch bringt. Da haben wir unseren ersten Top-Keeper-Sticker mit dem argentinischen Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez. Dann direkt einen weiteren besonderen Sticker mit einer Goal Machine. Und das ist Giacomo Raspadori für das Team der Italiener. Dann haben wir wieder einen normalen Team-Sticker mit Nicolas Gonzalez aus dem Team der Argentinier. Und wir haben auch noch einen Legenden-Sticker. Das freut mich natürlich, dass ich euch den auch noch im Video zeigen kann. Mit Juri Giocaef aus dem Team der Franzosen. Und ihr seht, auch da wunderbar in Gold im Hintergrund das Legend-Wort eingearbeitet. Richtig tolle Sticker. Gefallen mir persönlich richtig gut. Und zum Abschluss haben wir dann noch Juri Linton aus dem brasilianischen Team im Päckchen. Ja, und damit sind wir durch mit unserem ersten kleinen Blick auf die neue World Class 2024-Sticker-Kollektion von Panini. Dann bekommt ihr es seit Freitag, dem 23., wie gesagt, überall dort, wo es Sticker und Trading-Cards gibt. Alternativ könnt ihr euch das Ganze natürlich auch direkt bei Panini bestellen und bis an die Haustür liefern lassen. Den Link zum Panini-Onlineshop mit der Übersicht der Produkte und den Angeboten zu dieser Kollektion habe ich euch unten als Service in die Videobeschreibung gepackt. Ja, kurz als erstes Fazit zu dieser Kollektion. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ich finde, die Sticker machen auch einiges her in diesem edlen Schwarz, wo dieser Kontrast mit dem Neon-Orange natürlich besonders zu Tage tritt. Und ich finde auch, den Ausschnitt, den man da für die Spieler gewählt hat, zusammen mit der Landesflagge im Hintergrund, macht auf mich auch einen besonders gelungenen Eindruck. Bei den Formstickern sehen wir dann, dass die doch ein bisschen zur Vorschau aus dem Album abweichen. Da hat man erfreulicherweise dann nicht so halb abgeschnittene Profilfotos genommen, sondern Actionbilder des Spielers. Und was ich persönlich feiere, sind die Legenden und Rising Star-Sticker in diesem Album. Gerade die Legenden sollten bei einem solchen Rückblick auf die FIFA-Geschichte natürlich nicht fehlen. Aber die jungen Nachwuchsstars sicherlich auch mal eine gute Ergänzung, um die dann für die kommenden Jahre auf dem Schirm zu haben. Denn der Nachteil vielleicht bei diesen schwarzen Stickern, auch wenn sie optisch im ersten Moment richtig gut rüberkommen, ist, dass die schwarze Farbe sich an den Rändern dann gerne mal abnutzt. Passiert zum einen schon, wenn die Sticker unsauber geschnitten sind, was jetzt glücklicherweise bei denen, die wir in den Packs hatten, nicht so zu Tage getreten ist. Aber gerade auch, wenn man die dann öfter mal sortiert und die durch mehrere Hände wandern, dann kann es da schnell passieren, dass die Kanten der Sticker nicht mehr ganz so schön aussehen. Das ist sicherlich immer so ein kleiner Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man die Sticker in komplett schwarz bedruckt. Den Nachteil hat man bei Stickern mit weißen Rändern nicht so. Allerdings beeindrucken die, wie ich finde, dann auch nicht optisch so stark wie diese schwarzen Sticker mit diesem tollen Kontrast. Beim Album selbst könnte man jetzt sicherlich darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Text aufzunehmen. Gerade bei solchen Alben mit historischem Teil, also Rückblicken auf frühere Turniere oder Legenden, gibt es ja dann doch immer einiges, was man dazu erzählen könnte. Dazu hätte Panini dann das Album aber für jedes Land lokalisieren müssen, denn die Erwartungshaltung wäre dann doch da, das Ganze nicht in Englisch, sondern in der jeweiligen Landessprache zu lesen. Und da muss man sich auf der anderen Seite natürlich auch fragen, ob sich das in einer Gesellschaft, wo 50% ohnehin nur noch Überschriften lesen, dann überhaupt noch lohnt für jedes Land eine lokalisierte Version mit umfangreichen Texten zu erstellen. Ich persönlich würde es feiern, aber ich glaube, das ist wie gesagt so ein bisschen gesellschaftlicher Trend, dass wir uns immer weiter von längeren geschriebenen Texten wegentwickeln und die wenigsten das nur noch lesen würden, was dann da in dem Album steht. Ja, das waren meine ersten Eindrücke und Gedanken zu dieser neuen FIFA World Class 2024 Sticker Kollektion von Panini. Eure dürft ihr natürlich gerne jetzt noch unten in den Kommentaren ergänzen. Bin ja schon sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich da natürlich über jede Rückmeldung von euch. Genauso wie ich mich zum Abschluss natürlich auch noch über ein Däumchen nach oben für dieses Video und als Support für diesen Kanal freue. Mehr zu dieser World Class Sticker Kollektion dann in den kommenden Tagen, da werden wir uns sicherlich auch noch das ein oder andere weitere Produkt aus dieser Kollektion anschauen. Falls ihr es nicht verpassen wollt, hier noch nicht regelmäßig dabei seid, schnappt euch noch eins der kostenlosen Kanalabos und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!